Ich wusste die Reden noch was. Na gut, jetzt komm ich auf alle Fälle rein. Jetzt muss ich gar nicht mehr alles rundherum gehen. Also ich probier's jetzt gleich mal bei dem, den ich da drüben gesehen hab, weil da so ein Typ quasi die Tür bewacht hat. Das war glaube ich hier gleich da. Ja, da war der. Hallo Sir. Our will is for here to present your invitation. Here you are. Welcome among us. The Yelbertons Mansion stands open before you. Na dann, rein in die gute Stube. Du siehst uns an, wir schauen dich an. Du zögerst, aber nur einen Bruchteil eines Augenblicks. Du weißt genau, dass all deine Begierden unter uns sind. Wir haben, was du willst. Oh Mann, diese... Oh, immer diese okkulten Leute. Ich will nicht wissen, was da jetzt alles passiert. Schau dich im Anwesen um. Liebe Gäste der Vereinigung. Die große Zeremonie beginnt um Mitternacht. Nutzt die Vorzüge des Anwesens in den letzten Stunden der Menschlichkeit. Das klingt ja fast so, als würde ich die Perch starten. Schlossen. Milken hier aber Stone. Okay, den gehört das Anwesen. Hm. Ich habe auch ein schlechtes Gefühl. Alter, diese Masken auch überall. Ich kann auch mit niemandem von denen reden. Buch 4, Entschuldigung 13, sind Sie sicher? Ja, aber wie ich gesagt habe, Interpretationen verändern. If you are right, maybe we have more time left. Alter. But I'm not sure if that's good. Trust as you have so far. Trust the one who leads us. We are beyond the point of no return. Harry? Bist du's? Die Maske schaut krass aus. Übel. Übelst. Auch geschlossen. Was geht mit dem Typ da noch? Der Tag der ultimative Lecherheit hat gekommen. Wir werden in der Erdbeeren von einem besseren Welt. Mit der schönen Cthulhu-Maske? Oder was soll das sein? Ah, das sind solche Ranken. Wie im Intro, die wurde ja auch von irgendwelchen Ranken dann... irgendwie... vergewaltigt oder so. Ich komme mich schon noch zu denen da. Oh, das kann ich sogar öffnen. Ein Tagebuch von Benedict Delverton am 12. November 1921. Die Sünden und Begierden der Väter. Komisch, wie sehr sie uns definieren. Die Geschichte des Landes, die ewigen Lust, drückt meinen Stempel auf. Ich spüre es. Mein Vater ist ein Rätsel für mich. Lustgar. Scheint das Einzige zu sein, was für ihn wirklich zählt. Das ist für mich eine Art... Pflicht? Sollte ich dieses wahnsinnige Werk fortsetzen? Niemand wird für dich einen besseren Weg finden, als du selbst. Auf der einen Seite ist das nur ein Floskel. Andererseits die Möglichkeit, diese seltsame Pflicht abzulegen. Oh Mann, was ist es, Lustgar? Oh Mann. Kann man eigentlich zwischendurch speichern? Das ist ja auch noch gut zu wissen. Ich glaube, das ist vielleicht... Kann man vielleicht gar nichts. Wahrscheinlich ist jede Aufgabe quasi ein Speicherpunkt, jede neue Aufgabe. Das sind auch noch Bücher. Und eine coole Brille. Das kann ich wiederum nicht eröffnen. Oder? Die Musik ist gerade irgendwie voll passend. Auch geschlossen. Das ist auch eine Maske. Nein. Nein. Komm schon. Muss ich sowas schon zensieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, was mit YouTube abgeht. Aber ich hoffe nicht. Ach, da ist geschlossen. Oh mein Gott. Wenn Leute plötzlich hinter mir stehen. Mann, hab ich mich erschrocken. Ja, ich gehe schon. Komm zurück. Komm zurück. Ich will aber noch kurz schauen, was da unten ist. Wenn man da reingeht. Wenn man da reingeht. Wenn man da reingeht. Wenn man da reingeht. Achso, sind wir später durchgegangen. Na gut. Dann folge ich mal der Frau. Alles abgeschlossen. Muss ich sowas schon zensieren? Ich glaube schon. Das vielleicht nicht. Aber die beiden Dinge. Aber werde ich es zensieren? Ich glaube nicht. Komm, da sind nur Statuen. Da können sie eigentlich nichts sagen. Wenn die Tür vor allem so langsam aufgeht. Hä? Das sind aber wirklich die Bilder, die wir auch zu Hause hatten. Sehe ich gerade. Du suche das Zimmer von Amanda. Da ist das Parfum. Das ist immer Chanel Nummer 5. Das ist auch ein Parfum. Hm. Aber warum soll sie hier leben? Die Chroniken des Kultes der Lust. Mit diesem Eintrag initiere ich offiziell den Kult der Lust. Unser vorrangiges Ziel ist es, die Ketten der Menschlichkeit abzulegen und sich der ewigen Freuden hinter dem Zorn von Lustgar hinzugeben. Bei der Erfüllung dieser Mission wird Love-Aprarack. Was ist das für ein Wort? Komm schon. Selbst der Gott der Lust uns mit seinem Schein unterstützen. Doreen Austerlitz. 26. August 1928. Liste der Mitglieder. Das sind aber viele Mitglieder. Wie so Lara Croft. Frank? Lara Croft? Sherry Gniss? Das ist ein Gag? Oder könnte das irgendwie Baker oder so sein? Ich glaube, das sind alles Baker, die gespendet haben für das Spiel. Kult der Lust. Die Geburt des Kultes. Okay. Hä? Side Stories? Na gut. Das war es aber scheinbar. Ja gut, was gibt es denn da noch? Da steht noch was. Warte mal, jetzt kann ich eröffnen. Passt das nicht schon? Den inneren Kreis kann ich nicht drehen. Warte mal. So. Hä? Für mich schaut das richtig aus. Sonst kann man da nichts anklicken. Hey, bin ich doof? Da ist... Achso. Ich muss glaube ich dieses Zeichen nachformen, oder? Das ist das Kultzeichen. Wie sah das nochmal genau aus? Ich hab das ja schon wieder vergessen. Also es ist quasi unten das... Das Kreuz, oben rechts der Pfeil und oben links diese Wurzeln. Und das Kreuz, oben rechts, Pfeil, Wurzeln. Ich muss das nochmal richtig drehen. Kann ich das... Ich kann das so nicht... Aber da ist... Okay, da geht das Kreuzchen quasi. Ja, oben rechts der Pfeil, oben links die Wurzeln. Ja, so geht's dann. Schatz, ich weiß, dass alles hier unvorstellbar für dich ist. Es tut mir einfach leid. Ich bin eine Bitch und habe dich verlassen. Das ist das Einzige, was ich dir jetzt ausreichen muss. Leider kann ich mich jetzt mit dir nicht treffen. Aus Gründen. Aber bleibe bitte im Anwesen. Und pass auf dich auf. Lenke nicht die Aufmerksamkeit auf dich. Alles wird gut. Suche nach weiteren Nachrichten. Ich liebe dich. Das ist wahr. Selbst wenn ich es nicht akzeptieren kann. Gott. Zumindest ist sie lebend. Ich muss sie raus. Somehow. Find am Ende. Warum sollte sie seit einem Jahr hier leben wollen? geschlossen. Was geht eigentlich mit dem Nebel da draußen ab? Das habe ich gerade vorhin gesehen. Das wäre ein Mega-Nebel. Und ich soll nicht die Aufmerksamkeit auf mich lenken. Warum? Warum hat er gerade so Angst bekommen? Vielleicht deshalb? Was zum Teufel? Wie viel die Worte? Was? Jetzt kann ich da plötzlich weiter. Komm, schau. Das liegt hier. Oh, die Musik ist aber gerade geil. Es hat sich jeder an Ort und Stelle ausgezogen. Ja, gut. Schauen wir mal rein. Danke. Ich bin der Mann.